Hallo Leute, wir kochen jetzt ein super leckeres Harissa-Hähnchen aus dem Ofen. Ein farbenfrohes Gericht voller Geschmack, im mediterranen Stil. Es stammt aus meinem Buch, Chamys 5-Zutaten-Küche. Darin geht es darum, wie man 5 Zutaten toll kombinieren kann. Wir brauchen ein Hähnchen, Paprika, Zwiebeln und Minze. Und die wichtigste Zutat ist Harissa-Paste. So lecker. Eine ganz tolle Mischung aus Chili und Gewürzen. Köstlich. Seht euch diese schönen Paprikaschoten an. Einfach den Stiel eindrücken, die Kerne entfernen und dann ungefähr so in grobe Stücke reißen. Ich habe hier zwei Zwiebeln, die werden gefürtelt und dann wie kleine Blütenblätter zerpflückt. Alles mischen. Seht euch diese tollen Farben an. Mit Meersalzwürzen. Und mit Pfeffer. Noch etwas natives Olivenöl drüber. Nur etwa zwei Esslöffel. Und dann noch ein kleiner Schuss Essig. Der Essig bringt den Geschmack des Ganzen erst richtig heraus. Die Paprika und die Zwiebeln sind süß und der Essig ist sauer. Also haben wir süß-sauer. Das Gericht wird absolut fantastisch schmecken. Jetzt zum Harissa. Harissa ist eine aus Nordafrika stammende Chili-Paste. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen. Die Paste besteht aus zerkleinerten, getrockneten Chili-Schoten mit Öl und verschiedenen Gewürzvarianten. Sie schmeckt großartig. Vier Teelöffel davon kommen auf unser Gemüse. Harissa passt auch ganz hervorragend zu Fisch. In diesem Fall wird das Hähnchen damit eingerieben. Und das wird den Unterschied machen. Einmal durchmischen. Ich verrate euch einen Trick für das Hähnchen. Legt es in die Form. Holt euch ein Messer. Und schneidet das Hähnchen mit der Messerspitze am Rückgrat entlang auf. Lasst das Messer die Arbeit machen. Ganz durchschneiden. Jetzt kann man das Hähnchen wie ein Buch aufklappen. Die Keulen brauchen länger zum Garen als die Brust. Dagegen kann man etwas tun. Und zwar, die Keulen bis zu den Knochen einschneiden. Diese Schnitte lassen nicht nur die Hitze eindringen, sondern auch den Geschmack. Wir sorgen also dafür, dass sich die Garzeiten angleichen. Außerdem sieht es super aus. Dann wird unser Hähnchen innen und außen mit der Harissa-Paste, dem Öl und all den tollen Geschmacksträgern, im wahrsten Sinne des Wortes, eingerieben. Das wird so fantastisch schmecken. Dann wird das Hähnchen aufs Gemüse gelegt. Nur schnell Hände waschen. Eine Prise Meersalz. Und dann kommt alles für 50 Minuten bis eine Stunde bei 180 Grad Celsius oder 350 Grad Fahrenheit in den Ofen. Es wird super schmecken. Das Gemüse nimmt den Geschmack des Hähnchens an. Und umgekehrt wird das Fleisch vom Gemüse aromatisiert. Fleisch und Gemüse harmonieren miteinander. Ihr werdet es lieben. Seht euch das an. Es riecht unglaublich gut. Am liebsten serviere ich dieses Gericht auf einem schönen rustikalen Brett. Wunderbares Gemüse. Die Harissa-Paste hat sich mit allen Zutaten vermischt, aus denen man normalerweise eine Soße machen würde. Die schabt man am besten alle gründlich aus der Form. Dann gießt man alles über das Hähnchen. Toll. Noch etwas frische Minze darüber. Riecht super. Absolut großartig. So unglaublich saftig. Und die Haut ist schön kross. Schmeckt super. Gewürze und Chili, ein echtes Geschmackserlebnis. Man serviert es mit Reis, kleinen Fladenbroten, Tacos oder mit etwas Couscous. Total lecker. Probiert es mal aus Leute. Worauf wartet ihr denn noch? Wenn euch das Video gefallen hat, schaut doch in mein Buch, 5 Zutaten Küche, und klickt auf den Link. Dort findet ihr jede Menge Rezeptideen für 5 Zutaten. Schaut mal rein.